Im Illustrator gibt es eine coole Funktion, wie man Objekte kopieren kann. Ich mache mal ein Rechteck, gebe dem noch eine dickere Linie, dass man das sieht. Jetzt kann ich das mit gedrückter Alt-Taste kopieren. Wenn ich jetzt Command und D drücke, wird einfach das Letzte genommen. Also Objekt transformieren, erneut transformieren. Das funktioniert wunderbar. Wenn ich jetzt aber irgendwie dieses Objekt ändern würde, zum Beispiel die Farbe oder die Linie, dann gilt das nur immer für eines. Und das kann ich auch noch anders machen. Ich lösche mal alles. Mache wieder ein Quadrat. Nehme gleich diese Einstellung, da ein bisschen noch eine dickere Linie. Und jetzt nehme ich die Symbolpalette. Ich ziehe dieses mit gedrückter Maus hier hinein. Gebe dem noch einen Namen. Jetzt ist das schon mit dem verbunden. Jetzt könnte ich das da rüberziehen. Befehl, D, D, D. Dass ich das habe. Und jetzt schließe ich die Symbole. Wenn ich das jetzt ändere, habe ich da keine Sachen. Jetzt kann ich einfach sagen, Symbol bearbeiten. Okay. Ich sage, du wirst Magenta, bekommst irgendeine andere Linie, irgendeine andere Linienart. Und wenn ich hier rausgehe, werden alle Sachen geändert. Also nochmals, Symbol bearbeiten, okay sagen, anwählen, andere Linie, andere Stärke, raus. Und da es in den Symbolen ist, werden alle Sachen miteinander geändert. Ich finde das eine ganz coole Art, wie man die Symbole auch nutzen kann. Vielleicht haben Sie mal die Möglichkeit, das auszuprobieren. Ich war schon viel froh.